Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Marikard 8 Online mit ein Gast Remco ist dabei, ihr seht ihr jetzt schon Graz, der ist, wievielter, wievielter bist du? Vierter, hallo Ich bin Sechster Boah, hier mit dem WiiWild zu spielen wieder ist immer so eine Sache, ich habe ja mit dem Gamepad wieder gespielt Leute Scheiße, ich hab für den Spatz weggeworfen, äh, by the way, hört man bei mir die Musik eigentlich? wenn, mach dich leiser Ich hab gerade Lautsprecher bei meinen FN Ich kann die Musik auch leiser machen wenn man sie hört Ja, meine Musik ist schon laut genug hier 讀 dup 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 Du ddu 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 d welch kann ich jetzt bin ich jetzt einfach nicht hin mit der banane, ganz ehrlich zu balancieren wieviel Saoz das war doch die Strecke in der man beim ein 186 zum Schloss fahren konnte ja aber das weil ich habe es auch schon probiert hier irgendwie ins Schloss reinzugehen wir gehen wir Polis da estaik ja hier geht es nicht mehr oder ich glaube ich schon aber das bringt gar nichts oder nee nee da ist ein schloss glaube ich also so ein tor fägt dich du arsch da hat sie da hat sie einer für mich geopfert danke man ich bin ganz nah an dir scheiße bin ich in deinem Wasser zu mir glaube ich das genommen ey ich wusste dass jemand hinter mir ist und gierig ist auf meinem platz immer immer mit leute so wenn es so drei rote panzer haben und einer fährt mich rein und klaut und nimmt alle drei panzer auf einmal mir sagst du warum klaust du meine items ich reg' immer so auf da bist du drei panzer und bin vierter und kann alle drei von mir angreifen dann kommt jemand und fährt in alle panzer rein und klaut alle der clown ist es jetzt nicht aber ich habe aber ich dachte immer so wurde wixer und klaust du meine items bachs bachs bunny servus bohr klau nicht mein pilz du arsch jetzt bin ich für mich echt dachte ich bin jetzt dritter weil wo ist denn dein erster überhaupt bist du nicht sechster oder so jetzt bin ich sechster okay bachs bunny was geht so was geht Remco du willst mich nicht überholen das ist aber eben grad schon bachs bunny du wixer ist das voll oft irgendwie den a-knopf versehnt ist los so jetzt benutze ich den Stern helfer was war da für eine apokalyptische Bombe du kriegst einen Stern und ich krieg nur drei pilze was soll denn das ja nur ja trotzdem ich mein du bist ein platz vor mir und kriegst boah jetzt krieg ich nur einen pilz toll bringt mir auch nix scheiße ich bin scheiße gefahren boah ich auch boah Windschatten bitte ach da fick dich ey ich bin sechster boah ich kann diese strecke nicht leiden ja toll von neun von neun bin ich achter geworden ich weiß doch bei der n64 bin ich voll auf das wasser gefahren glaube ich ja weil die so scheiße war joshital auf jeden fall äh eine sagt die vario arena hier ach ne die ist vom des ne ja ich sag das wäre die vom n64 ja die ist saulang gewesen auf der n64 und ich laber grad mit dir aber 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 bei 46 heißt du auch vario arena und ein mares stadion ok oder vario stadion keine ahnung jetzt sind wir nur noch zu sechst gut da kann ich wenigstens nicht so schlecht werden und und beim beim gamecube war es doch vario colosseum oder ja gab es auch dazu ein remake eigentlich glaube ich nicht oder ne noch nicht dann wissen wir was auf marika 9 auf und zu kommen wird die strecke war glaube ich auch ganz groß oder ja da gab es ja nur zwei runden so weil sie ja so groß war ja so boah das ist saukool alter bei dieser instrumentalpiste wenn man auf zuはいel auf so ein bienzählt du liebst hat auf den Peter das auf dem klavier und was auch zu denen das heute eine Redaries das ist ja immer genau zu sehen das ist auch gut so wie auch seit neuestem Jahr doch hat jemanden voll gut mit einem guten Pater getroffen so wer will weiter bis kräftig die 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 Noten hier die Schleimann sind und ein die 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 Noten hier sind voll aggressiv aus ich will es um es ist aus wie die Gasse das war wohl heute Brüder um Euro als ich bin erster ich wollte mich also kommt denn er ist aber so wie hingeflogen wo alle Leute ja die Schüler der Nieder heute diesmal mit mir ich muss eigentlich zugeben wenn das echt zu mir jetzt endlich mal 10 in den Liga weil sonst bin ich für heute abend oder der Let's Play wer knallt mich ab der Let's Play der Let's Play hieß der Let's Play hieß der hieß einfach Let's Play den gibt es immer noch ja ja voll einfalls was wer hat mich da weggekickt boah ich wurde hier einfach mal weggedrückt ich seh dich ich auch mich also immer so kurz vorm Ziel werde ich irgendwie so platt gedrückt ey das ist nicht mehr schön das ist nicht mehr feierlich das ist nicht mehr feierlich oh schön 3 Panzer ich hab ein Goldbild von Aldi das ist richtig schön boah ich seh die ganzen Leute hier hey Remco was geht es hat ein Goldbild ich bin voll vorbeigerast und dann bin es uns doch gefallen ja komm falle meine Panzer rein die sind extra frisch serviert ist irgendjemand rausgegangen deswegen waren wir nicht eben grad noch 7 ja es sind 2 rausgegangen es waren 8 Leute ne ich war jetzt mitten in der Strecke meine ich ey kann doch keiner kann man nicht man kann doch einfach seine Wii ausmachen ja schon aber das zählt dann als Fehler bei der Datenübertragung ja der ist halt aber noch mittendrin draußen oder nicht oh oh der Junge hat so einen Schaden ey boah zum Glück hat hier noch die Panzer ey der hat so einen roten Panzer nach hinten geschleudert und ich hab mich noch geschützt mit dem 3 Panzern die ich noch hatte ich hab null Punkte bekommen besser als Abzug hab ich Minus Punkte bekommen ich glaub nicht weil ich hab auch keine bekommen ja aber ich bin ja höher ich hab hier mehr Punkte da verliert man auch trotzdem oh nee du machst die Delfinergune dann hau ich dann nee dann nehme ich die Tick-Tack-Traum ist meine Lieblingsstrecke mit Wolkenstraße jetzt sind noch viel ey Jesus ist aber hier ey Jesus einer aus unserer Schule sieht aus wie Jesus der da auch geil Tick-Tack-Traum ey das ist meine Lieblingsstrecke ich fick da jeden die ist geil wachs genau hintergleich bis zu 14 ey Jesus das geht das geht boah Sinn ist saugut der wohnt auch im Bayern cool aber ich wett mit euch also ich wett mit dir es werden alle gleich sich verpissen hier und dann sind wir noch zu zweit weißt du was das scheißeste ist wenn man zu zweit spielt was denn man verliert auch als erster äh Punkte sicher? ja ich hab schon mal zu zweit gespielt das geht doch gar net doch? wie wenn wir dann nur auch Punkte kriegen bis wir gar nichts verlieren eben keine Ahnung ich sage dann du bist ja vorletzer geworden das ist schlecht hehehe so schlecht hier auch wenn du tausend Millionen Abstand hast mit zwischen den ersten und zweiten ne zählt trotzdem nicht du bist verkackt lol ich bin zweiter schön ich hab jetzt geht bro ich greif jetzt Jesus an mit dem Panzer ne du wolltest mich angreifen mit dem Panzer aber ich habe einen äh Panzer als Hinterrücken ne du warst doch äh einen Platz vor dem Bug ja ich bin immer noch einen Platz vor ihm ich bin bald erster geile Mori Sebi ist aber voll gut boah ich überhole den gleich der Typ hat auch einen Panzerschutz der Arsch werf den doch endlich mal damit ich dich abknallen kann oh dankeschön jemand hat einen roten Panzer geworfen aber das hat keinen hat keinen getroffen einfach scheiß du wolltest mich treffen ne? aber das trifft mich nicht weil ich hab einen grünen Panzer haha ich soll einfach irgendjemanden treffen oh geil Stachelpanzer scheiß geil dankeschön alter danke man boah sebi du hast auf die Schnauze verdient ey vorm Ziel ey wäre das die letzte Runde wär so geil der scheiß Bugs hat mich mit seinem roten angegriffen der Nigger der Bugs ist ein Bugs Manifiker ja bams boah jetzt muss ich aber erst zu bleiben ey wer jetzt kommt auch so ein scheiß blauer Panzer ey oh so ein blauer Panzer ey der hast du nicht guckst du eigentlich auch mal auf dem Gamepad? ne nach Items ich guck da voll selten drauf vor allem wenn ein blauer Panzer da ist bringst du ja eigentlich kaum noch was um dich zurückfallen zu lassen ja was willst du denn dagegen machen? ja du könntest du richtig nach Items fahren und das das zweite dich überholt und der dann abgetroffen doch meistens wenn es ein See dann ist es schon so nah dran dass es dann nicht mehr zählen würde dann würde ich trotzdem angegriffen werden obwohl ich tot da bin geil ich bin der erste FÜR DEUTSCHLAND FÜR DEUTSCHLAND FÜR DEUTSCHLAND ich bin vierter scheiß sebi alter überhole ich den nicht boah ich dachte schon ich hab Punkte verloren weil ich erster bin nur weil nur vier leute drin sind ich hab drei punkte verloren boah ist denn jetzt jetzt geht bestimmt auch jesus weg ne das ist mein maokar style und ist cool ja guck mal jetzt hauen es wir spielen die zu zweit wir spielen die zu zweit wir spielen die zu zweit und verlieren die als erster noch Punkte kurzer Cut Leute voller Schwitz so Leute das habt ihr jetzt gehört dein Arsch ist voller Schwitz ja ich nehm immer kurz vorm Anfang der Strecke immer auf weil ich wollte jetzt nicht unbedingt den Auswahlbildschirm wieder aufnehmen ich glaub man hat nur Schwitz gehört aber nicht was jetzt hab ich's gesagt was geschwitzt hat du wixer dafür greifst du das Geist im Kart mach halt komm 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 du hast Gruppe du Nigger jetzt nicht mehr hast du schon ja ich hab's auf wen hab ich's benutzt weiß ich nicht mehr ich hab mir immer voll angestellt wenn jemand vor mir mit der Piranha ist dann willst du den irgendwie nicht überholen nicht schon ich will den dann extra überholen damit ich seinen Piranha ficken kann boah ich bin zweiter geil so komm Bands du solltest eigentlich mit der Feuerblume angreifen mich guck wir sind jetzt zu zwölf in der Gruppe ja ich bin erster du kannst mich nicht angreifen mit der Feuerblume da waren ganz viele vor mir und du warst auch in der Nidisch wo wolltest dich angreifen oh geil ich bin ich 10er Banane als Schutz benutzt gegen den roten Panzer geil oh fick dich mit der Bombay eine Bombe trifft mich nie so bäms boah bin ich Killer ey ich bin immer noch erster geil ich lieb diese Strecke ey so cool boah Adolf Hitler hör mal auf mich zu schubsen und was ich dir nochmal von wel- von welchem Mario Kart zürzelz super zürzelz so LOL das GBA Spiel mein roter Panzer hat jemand anvisiert den Arrest gefahren ist und deswegen ist mein roter Panzer gegen so ein Reifen gefahren he he boah astronisch du astronischer Gartenzwerg so boah ne nicht schon wieder ein blauer roter Panzer ey boah scheiß Feuerblume alter aber keiner trifft mich irgendwie ROLAND was da ist jemand ROLAND mein Vater stell dir vor dein Zock kannst du denn und beleidigt jetzt ROLAND wieso hast du mich geholt du darfst kein Last Place machen gebämmst oh man aber dritter ich bin immer meine eigene Bombe gefahren aber ich hab noch den ersten getroffen mit dem grünen Panzer ich bin Zehnter toll ich bin Zehnter du hast zwei Punkte dazu bekommen der vor dir hat einfach mal zwei Punkte verloren du zwei Punkte bekommen das war genauso wie beim Mastermind und mir ich hab ich hab mehr Punkte als der bekommen obwohl er ein zwei Platz über mir war das war auch ziemlich lustig ich hab ich hab ich hab Torzhafenstadt muss sein viel Glück sagte schwarze A-Team-Nigger ich finde aber ich finde die Musik von Torzhafenstadt könnte voll gut zu so einem Sonic-Spiel passen findest warte die hab ich jetzt noch nicht gehört und muss immer drauf achten aber weißt du weißt du welche Musik ich hier am ich am hier am geilsten finde waschen denn Vulkangrollen von Rain Vulkangrollen ich finde die von Rainbow Watch äh ich finde sie am geilsten ne ich finde die vom Vulkangrollen am geilsten hast du die schon mal gehört ja klar ich finde die richtig geil ich finde die richtig geil siehst du Roland schau mal Roland wo ist der wo ist der denn wow ne aber der heißt eher wowland weil er aus Amerika kommt trotzdem Roland heißt er trotzdem aber du musst gleich mal auf die Musik achten die könnte wirklich zu so einem Sonic passen warte mal schon mal findest du mindest dumm 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 ne könnte gar nicht dazu passen warte halt noch ein bisschen ne die passt eher zu ein äh was weiß ich warte mal warte mal boah ich höre sie jetzt ganze Zeit schon an ach da bin ich ach da bin ich ne finde ich jetzt gar nichts falsch jetzt finde ich irgendwie so bämst du Arsch du bist welcher Platz bist du eigentlich dritter echt jetzt ja jetzt bin ich dritter jetzt bin ich sechster ja geil auch geil jemand kriegt einen blauen Panzer auf die Fresse ah äh sagst du erst der einen roten der einen blauen Panzer kriegt der kriegt gleich noch einen roten weil es noch einen roten Schiff hey wie bin ich jetzt neunter geworden ich bin zehnter ich bin hinter ich bin jetzt vor dir ich bin achten siebter jetzt ich bin neunter Zuzu heißt einer vor mir und ich heiß man jetzt hat er nicht mal genug Ansprung gehabt um so n scheiß aber ich seh dich Remco was gehts was gehts jetzt warte mal ich muss dich von hinten rammen ey was soll denn das hier ein roter Panzer kommt von hinten ein Stern kommt von hinten ich hasse Blitz ich hasse den so sehr ich bin so gut wieder ganz groß ich finde der kommt irgendwie selten vor der Blitz ja soll auch so bleiben so servus Remco servus ich hab dich mal gerammt was achso hast du nicht gesehen ja aber ich wusste dass du das warst so so bams mit 3 Panzer bams aber ich bin dritter alter nur dank oh fick dich nur dank diesen 3 Pilzen da man ok das ist mal schön oh da ist Remco was geht wo denn ich bin auch da ich bin hinter dir ich bin immer hinter dir Remco merkte das ich bin 5er so Remco schreibe ich immer noch du bist runtergefallen ja hast du vorgeholt hast du geholt ja cool boah ich will seinen Stern klauen auf was was es ist auch mal dein zugebert Stern angegriffen ja ha war Nein! Boah, ich wünschte, ich krieg jetzt noch ein... Wow, Willens! Ah... Remco, jetzt will ich dich jetzt mal abknallen. Starrel-Banz! Ja, geil! Deutschland! Oh, nicht mehr! Deutschland! 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 Ah, ich bin Fünfter gewonnen! Wo ich Zehnter war. Ich dachte, du wärst hinter mir gewesen. Ich bin Elfter! Ja, ich war hinter dir. Jetzt hab ich hinter dir zwei Punkte weg. Alter, der eine hat sogar weniger als tausend Punkte. Ja, Fabian hat auch jetzt schon längst über tausend Punkte. Der wurde auch immer zwölfter. DISCODROM! Nee, du bist da betrogen, wo die magische Strecke nicht mehr... Ach komm, ich mach die doch. Wer ist dieser Brigitte hier, Mauri? Alter, wie der mit Giffft aussieht, der in den grad so hinschaut! Das ist ne Transe, der Schwarze! Nicht ne Schwarze! Schau dir mal diesen, ey, die sind in der Mitte an! Der ist schon voll bekifft, alter! Mit der Brille? Ja! Aber der Schwarze sieht aus wie so ne Transe, irgendwie! Der hat unter tausend Punkte! Maury! Aber der eine Astonisch hat 4000 Punkte fast, ey! Die Sucht ist ja nur noch, ey! Ich glaub, die wollen das goldene Kartal, deswegen... Ich hab mich interessiert, es ist ja zu sehr... Ich würd irgendwie trotzdem ein Problem wollen... Ja, es ist auch, aber es würde sich wegen jetzt bis gleich suchten... ...nein Ministerstück halt! Dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp-dipp Ich kann mit da nix machen... So bäm, das ist mein Schutzfindungs... Oh, welcher Wichser! Trifft ganz halt mit dem grünen Panzer! Boah, ich rumging tot! Du bist erst... Was? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin dir irgendwie, äh, ins Wasser gefallen! Beim Blitz, ne? Das ist doch ein Blitz, ne? Kam, kam grad ein Blitz! Ja, bei mir auch! Ich hab mir nur drauf geachtet, ich hab irgendwie weggeguckt... Werde im Spiel, aber einfach so, oh, schöne Wette! Nein! So, so! Alter, so, so einfach mal! Scheiß Feuerblume, halt! Boah, Piranha-Filanz, ey! So, so! Boah, welcher Arsch! Er ist tunisch! Alter, er sieht aus wie ein Juter mit Bart! Ne, ohne Scheiß, er sieht echt so aus! Was geht, Leute? Wie bitte! Die Bühne, die Bühne, die Bühne! Düh-Düh-Düh, die Bühne, die Bühne! Du, die Bühne, die Bühne! Boah, alter! JAAAGenAU! Bin ich grad überholt, ne? Ja, alle anderen schmeißen mich immer! Ich hätt auch keinen Schutz mehr! Ich seh dich grad auch! Ich bin wieder hinter dir! Ich bin vierter jetzt! Ja, ich bin ahfter! Komm ich hol dich! Boah, jetzt hab ich die Rosalind-Erfolge snipet! Boah, jetzt hab ich ihn schliniert! jetzt habe ich ihn stärken er wird nicht steiggegeben aber es ist ein Stern Kremco ich benötete die und habe auch ein Stern wie habe ich den bekommen? lag er auf der Straße rum oder was? ne du hast ihn von jemanden geklaut glaube ich wie kann man den den klauen? wenn er es so benutzen will, kurz vorhin benutzen kannst du ihn noch schnell klauen also wenn er den in der Hand hat so ach so das ist ja geil das wusste ich gar nicht was das geht mir ist das nämlich doch nie passiert mir auch nicht döp 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 oder der hat ihn vielleicht verloren boah ich hasse diesen Blitz ich bin dritter dank dem Blitz bin ich neunter ich war davor der Blitz war sogar gut für mich weil dann durch den Blitz sind zwei Pilze verloren gegangen die waren direkt vor mir dann mann alter wie dumm sind die Leute die fahren immer rückwärts deine fährt rückwärts alter die sind so dumm alter ich kann mich mit denen nicht abgeben lassen ich muss die Leute überholen also die fahren rückwärts die sind gerade in der zweiten runde erst so man boah ich brauche ja du schon es ist laute Liebe laute Liebe die scheiße ich wollte dich noch überholen blöde Rosaline ich war eigentlich vierter geworden ich bin sechster schau mal an 480 bogele ja es hat jetzt gleich 1.100 ich kann diese Strecke überhaupt nicht ab ich finde irgendwie folgt mein String wegen dem Fluss ich finde die geil aber ich kann da einfach nicht gut fahren Wolkenstraße auf jeden Fall vor allem da kommt am Ende immer die geile Mario Galaxy Musik am Ende von dem Schaust ist so ja ich habe auch gewusst irgendwie dass es von Mario Galaxy ist das hört sich so typisch an ja auch wenn ich das nie gespielt habe am Anfang fand ich ich klicke auf dich drauf und du winkst ganze Zeit aha ich drücke auf dich drauf oder du hast gerade wie so nen Nigger geguckt ich guck ganz Zeit wie nen Nigger ich dachte du guckst du guckst jetzt so von wie bei Eversäugers du scheiß nigger Wolkenstraße Wolkenstraße was ist gekommen ich habe ganze Zeit auf dich drauf geklickt was kommt jetzt Wolkenstraße einer ist I am epic 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 wir treffen den net ja auch Mario Galaxy das war mit den Zocken ja und wir zocken ja ja ohne Scheiß ich dachte der wäre jetzt nicht drin weil du gesagt dass I am Abdelhack oder sowas ich hab gesagt I am the best oder so hieß mein Vivi spackt schon wieder ein bisschen boah das ist so scheiße genau einer hier im Raum heißt I am epic I am was I am epic also ich bin epic also I am achso den kenn ich ja das ist der Begifte boah die Musik ist so geil das ist immer der Gbm again den den geilen Teile hier auf der Stelle hören nicht hier ich meine den geilen Galaxy äh Teil von der Musik äh in diesem äh Walkteil den Spums Version Walking Dead boah ich bin siebte da ich glaub das ist über die Anfangsmusik kann das sein ne die kommt erst äh weit am Ende eigentlich die wird sogar bei dem äh Lila München nochmal Remake das ist ja auch mein absolutes Lieblings bei Lila München boah wie dieser äh dieser goldene Pilz einfach mal hier nix bringt mann bringt hier nix vor allem bei Regenbogenboulevard bringt der nie was doch mit dem kann ich da ein bisschen fahren da kann man ein bisschen driften und dann benutzen ach fängt der boah Remko boah ich bin von der Banane ausgerutscht und das mich überholt so Remko Grazer Teile die Taka Teile kriegt wenn er per Zufall ne Karteile wenn er bekommt ob er zu die Beide ist und zwar mann der Reihe und mit einfach bin ich nur kriegt den per Zufall irgendein Karte Deutschland nur ein bisschen das ist auch der Liebe die Euro Oh, wer hat denn eine Kugel Willi? Oh, verdammt, ich flieg immer runter auf die Fresse, ey. Boah, jetzt hab ich einen Stern. Wo ist Remco? Ich bin hinter dir sogar. Nee, ihr seht es sogar. Du bist ein ganz kurzes Stück vor mir. Weißt du, was ich jetzt hab? Was denn? Nichts. Ich hab drei Pilze. Jetzt hab ich nur noch einen. Ich hab auch nur einen Pilz. Man bekommt so scheiß Items, ey. Ich bin das Elfte, weil mich da einer mit dem Kugel-Video weggedrückt hat. Den Nigger. Die Musik ist saugechillt. Ja. Vor allem, wenn der... Das muss nicht sein! Das Ende von der Musik kommt dann in dieser Heavy-Metal-Version. Boah, wir alle einfach Sterne vor mir haben. Oh, Kugel Willi, komm, 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 komm. Los, Kugel Willi, hau was rein, hau rein, hau rein. Ja, mach doch! Ist das erst, weil du irgendwie getroffen wurdest? Ich dachte, das haut dich jetzt gleich mit dem Kugel Willi weg. Ist mir so geil gewesen. Boah, ich bin einen Platz über dir, ey. Wurdest du vom Ziel getroffen? Nein, ich hatte den Stern. Achso, es sah so, als wärst du getroffen, wo er dachte, das haut dich jetzt doch mit dem Kugel Willi weg. Ist mir so geil gewesen. Okay, warte, 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 warte. Boah, nee, schei-gei. Dip, 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 dip. Gute Nacht. Alles klar, der Geist, ich bin irgendwie nicht so gut. Es ist nicht mal Nacht, Alter, was labere ich da für eine Scheiße? Egal, nochmal. Ich bin jetzt fast nervös. Das ist das erste Mal. Nö, ich mag ihn nicht. Hurra! Mit bewegender Säuerung. Oh, nicht fair, hier, was soll das? Weißt du, was ich am lustigsten finde, immer wenn ich mit so jemanden tanze, den ich nicht kenne? Das ist so lustig. Scheiße, ich mag die Strecke nicht. Instrumentalpiste, wieso mag sie nicht? Okay, gut, wir haben die zweimal schon wieder gesehen, ey. Was mag die generellen Genischung? Kann das sein, dass wir fast nur Wiederholungen haben hier? Aaron, was geht, Bruder? Geht's. Was geht's? Oh, du bist vor mir. Ich hole dich nicht weg. Oh, Remco, ey. Also, was ich mache, ich kann so einen Jeet-Macher. Ja, genau, ist klar. Du hast eine Wii U gehackt, obwohl noch gar kein Hackverpacker ist. Oh, f*** dich aus. Weißt du, ich wollte gerade genau jetzt einen Panzer als Schutz nehmen, um dich zu verarschen. Und dann kommt das hier dabei raus, ey. Ich bin elfter Mann. Alter, die Transer ist besser als ich. Da ist ein, da ist ein Platz vor mir. Scheiße, Mann. Ah, ich hab dich jetzt überholt. Wirklich? Äh, wärst du ein Platz vor mir gewesen, dann hättest du es doch mit dem Panzer wieder getroffen. Ich seh dich jetzt. So, Remco. Man sieht sich zweimal im Leben. So, Remco. Boom! Bei mir ist Aaron. Bei mir auch. Ne, jetzt vor dir bin ich. Hehehe. Du kommst, 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 du kommst. Hä, war da Notenblöcke? Cool. Keine Ahnung. Doch, ich hab's so in der Luftfläche gesehen. Ziemlich cool. Oh, ich hab kein Item bekommen, so ne Scheiß. Ich schon. Ah, ich hab nen Pilz. Ja, nen Pilz als Achter, so dumm. Ich hab gar nichts. Ja, besser als den Pilz. Ja, besser als den Pilz. Ja, gar nichts, besser als den Pilz. Ja, ohne Scheiß, ich find die Münze viel besser als den Pilz. Ne. Doch. Und was, wenn du schon 10 Münzen hast? Dann nochmal. Oh, es sind Münzen, jetzt wär das perfekte Item, ne Münze. Ne, ohne Scheiß, man bekommt auch ohne die, also, auch wenn man maximal an Münzen hat, trotzdem halt so einen kleinen Schub, ne? Okay. So ein bisschen halt nur. Und es ist auch immer wichtig, weil dann... Kriegst du auch die Scheiß-Card-Teile! Bist du Platz 6, ne? Ja, Platz 6. Woher weißt du das? Boah. Zack. Auf Gamepad. Ja, ja. Cheater. Das ist kein Cheaten. Was? Okay, jetzt hat's geleckt. Warum? Okay, okay. Aber jetzt kam erst mal ein Blitz auf mich zu. Oh, tschüss. Was geht, bro? Ich nehm grad so ne Gruppe A-Mann in den Juppen. Wer? Boah, scheiße. Scheiß-Kugel-Wirgin. Ich bin des Elfters. Man, das leckt manchmal. Du bist Elfters. Ja. Wie Elfters, September oder wie normaler September? Ich bin des Zwölfters. Die Transe ist, warum wir alle essen, weg. Alter, die Transe ist so schlecht bei dem Fahrt. Oh ja, ich hab mal vorhin Gamepad gespuckt. Ja! Komm, ich will dich doch noch überholen. Jetzt ist so nass wie dein Arsch beim Schwitzen. So, bam. Fünfters. Ach, wenigstens, ey. Du bist echt, ich bin der Elfter. Gleich überholt mich so ne Transe. Werden die, die ist ganz weit hinten, alter. Boah, die Transe ist schlecht. Sie verliert ja auch nur Punkte. Ich fährt mit dem Google Willi grad. Hä? Ich fährt grad mit dem Google Willi die Transe. Alter, Malte ist die schlecht, ey. Ich dachte immer, Transe wäre ein gut, ey. Gibt's hier eigentlich auch ein Gold Buy? Weil es sonst wäre eigentlich scheiße. Was? Gold Buy? Gold Bike. Weil es gibt ja ein Gold Card. Gibt's auch ein Gold Bike? Ich glaub schon, weil, ey, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaub, es gibt nur Gold... Also, ich hab so ne Seite gefunden, wo halt alles draufsteht, was man freischalten kann. Spielzips hab ich geguckt. Ja, ich auch. Ich glaub, es gibt nur Gold... Ich glaub, es gibt nur Gold Card, Gold Reifen und Gold Gleiter. Aber Gold Bike gibt's glaub ich nicht. Ja, Gold Reifen gibt's. Scheiße, man. Ich brauch auf jeden Fall so ein Rad. Das ist viel cooler. Wieso fahren wir jetzt Delfin Lagune? Die scheiße, die Strecke. Eigentlich wegen, äh, wie immer halt zu random. Okay. Ich wollte ja nicht Barrio-Abfahrt vielleicht als epischen Abschluss diesen Partes. Aber jetzt nochmal die Delfin Lagune, die ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das war eine Haarstrecke. Wir werten jetzt wieder mal erst bei der Strecke, wo ich so voll und scheiße bin. Also, das ist ganz nice eigentlich, aber ich hab mir da halt immer. Ich hab nie. Ich weiß nicht. Also, in welche Richtung gehst du denn lang? Rechts oder links? Ich geh mal links lang. Ja, dann kein Wunder. Wo ist es, dass ich mir recht langfahren kann? Rechts ist saugut. Ich war immer rechts und bin immer erster. Und jetzt nicht mehr. Wo ist es, ich bin dritter, ich bin dritter, ich bin dritter Grad. Geil, zweiter. Bams, wusste ich überhaupt, der scheiß Erster. Ich sehe den Grad gar nicht, doch, ich sehe den Grad. Boah, jetzt kriegst du auf die Fresse, du Pisser. Aber der vor mir hat jetzt drei Panzer, der Arsch. Und jetzt soll ich noch auf die Fresse für den Puma. Boah, Jason, es geht ab, Rose. Boah, dieser Arsch hat ein bisschen zufrieden. Ich dachte, du bist voll schlecht in der Strecke. Nee, ich sag, schlecht bin ich auch nicht. Ich meine, im Cup bin ich immer zu großer geworden. Ja, auch immer knapp, ne? Sonst soll ich immer erster werden. Jetzt hab ich vergessen, vom Ziel, dich so abgeknallt zu bekommen, ey. Jetzt hab ich vergessen, der Christoph an. Richtig, das ist saugeil, ey. Scheiße, jetzt hast du den mega geleckt. Ich muss manchmal auf den Gamepage schauen. Boah, you figure. Stern. Jetzt sehe ich dich, Remco. Du hast Stern, ne? Ja. Ich bin hinter dir. Nee, du machst jetzt zur Pause. So, ich sehe dich jetzt. Ich habe auch einen Stern und jetzt knall ich dich ab. Hey, du hast drei Pilzen, du Arsch. Geil. Wer bekommt das jetzt auf die Fresse? Du hast doch gar keinen Stern. Ich weiß. Weil ich ihn benutzt habe, vielleicht. Ja, ja, alles klar. Ich bin vierter Grad. Ich bin sechs, klar. Boah, das leckt immer so dazwischen. Oh, fettig, ey. So, Remco, nee, du kannst mich nicht überholen. So, pass nach Rest. Wenn es jetzt auf die Fresse fliegt. Ich habe dich auf die Fresse geflogen. Ich habe dich gesehen, ey. Ich habe dich ausgelacht. Ja, ne, ich wurde sich in die Mitte gesetzt, aber es ist von Cheating, Alter. Den Transit vor mir, was soll denn das? Das Leute, die gut sind die, ich war einmal nicht voll gut geworden. Ich, ich, ich jetzt noch acht oder so. Ich habe einen Boomerang. Ja, aber weil die doch eben gerade, aber weil die eben gerade doch noch letzte. Ich bin elfter, Alter. Boah, ich mag den Boomerang. Jetzt hast du den voll. Also, weil die andere, die haben eigentlich. Boah. Boah. Vor dem Ziel, Alter. Ey, für unendlich zählt, ich bin die letzte Kurve ja viel leichter als Beispiel. Ich nicht sah, Mann. Ist immer verkackt. Ich bin sechster, was? Was ist leer? Der Part ist doch sowieso schon beendet Auf jeden Fall Leute haut rein Leute Bis zum nächsten Part vom Mario Kart 8 Online Modus Da winken auch schon die Leute Also die Gäste die hier in diesem Raum sind schon euch zu Das war nicht fair Vor allem der ey Der hat mich vom Ziel überholt Auf jeden Fall Leute haut rein Ciao Ich hau ab Warte mal was möchte ich auch noch schreiben Och ne jetzt bin ich einfach zurück gegangen Hau rein Leute Wollen wir weiterfahren noch?